Leicester City ist im Kampf um den ersten Meistertitel seiner Geschichte weiter auf Kurs. Die Foxes haben auch ohne den gesperrten Star-Stürmer Jamie Vardy 4 zu 0 gegen Swansea City gewonnen. Die Euphorie um das Team aus den Midlands, sie ist ungebrochen. Wir wissen, dass es für unsere Geschichte sehr wichtig wäre. Aus diesem Grund geben wir alles. Sollten wir es nicht schaffen, dann Gratulation an Tottenham. Tottenham hat sehr gute Spieler, aber meine Spieler sind fantastisch. Wir spielen mit Herz und es ist schwierig, Spieler, die mit Herz spielen, zu schlagen. Das ist so wichtig für den Fußball und für Leute, die den Sport lieben. Ich mache auch Sport und ich spüre die Inspiration. Leicester inspiriert die ganze Welt. Wenn du hart arbeitest, kannst du alles gewinnen. Es gibt kein Erfolgsgeheimnis. Ich glaube, die Spieler wollen zeigen, dass sie imstande sind, alles zu schaffen. Sie geben alles und der Teamgeist ist einfach sehr gut.